Volley Polo und damit hallo und herzlich willkommen ich bin Günther L.P. und das hier ist dein Letzt Test zu Volley bei Volley Polo und ich weiß nicht was das für ein Spiel ist aber ich werde es einfach mal spielen Geh ich mal auf einen Player Ich weiß nur wie die Steuerung ist, wie geil ist denn die Musik Moment, Moment Moment Wie geil sind denn die Geräusche auch Bam, Schwetterball Ja, ja, rüber Bam Kann man so oft drauf schlagen, wie man will Uuuuh Der kann das nicht mehr schaffen Bam, Schwetterschlag Ja Komm jetzt gewinn ich Naja, Round 5 Kaum, Bitches Uuuuh Wie, einfach mal verkacken Wie krieg ich eigentlich mal den Ball im Umfang Oh no Naja, ich bin immer ready Wie geil ist denn überhaupt die Musik Ich feiere die Musik Und das ist kein Soundeffekt Und wieso spiele ich überhaupt mit Hütchen Komm, das ist jetzt mehr als dreimal Ach so, man darf so oft berühren wie man will So, bam Den kann ich mehr bekommen, den kann ich mehr bekommen Yeah Oh, ich finde das Spiel übelst sympathisch Vor allem auch diese geilen Berge im Hintergrund Ja, ja, ja Ist echt draußen Da ist dieses Vieh draußen Natürlich bin ich ready Wasch auf Im Hinterkopf hab ich das gemacht Ganz Einfach Dann hat dieser Plieger Blasen im Hintergrund, ey Wie, das war's jetzt schon? Keine weiteren Runden? Ich hab erst drei Minuten aufgenommen Egal Noch eine Runde Nein Los 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 Tschuuu Au Wupp Oh, scheiße Mann, 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 Mann VP Hy Aint coated Egal Letzte Runde hab ich gewonnen Dann mach ich da einfach aus Äh Wer als erstes zwei Runden gewinnt Das ist, denke ich, ganz fair Ja, schmüttermal. Dagegen kann er nichts machen. Sag dir meine Stimme. Nein, ich hab verloren. Bau. Nein. Egal. Noch eine Runde. Komm. So, letzte und entscheidende Runde. Pau. Oh, scheiße. Der hat immer so einen geilen Anfang. Scheiße. Ich kann das gar nicht. Und die Stimme sagt er schon gerade. Oh, yeah. Ich hab's geschafft. Oh, yeah. Ja, los. Round 4. Bam. Oh, scheiße. Bam. Oh, scheiße. Bam. Wie steht der jetzt nicht rüber, ey? Ja, ja. Oh, schmüttermal. Das ist komm, beide haben noch drei Eier. Also, wir übertragen die sind natürlich. Bau. Nein. Nein. Oh, Gott. Das ist Ei auch nicht zerplatzt, wenn die das auf den Kopf bekommen, ne? Scheiße, den hat er. Bam. Schmetterball. Oh, Gott. Nein. Scheiße, ich hab noch einen Ei. Scheiße. Ich hab noch einen Ei. Nein. Nein. Ich find' dieses Spiel unheimlich sympathisch, aber, äh... Ich hab gesagt, wer zwei Runden gewinnt, der hat gewonnen. Und damit hat Player 2, in Klammer der Computer, hier eingeblendet, gewonnen. Naja, ich hoffe es hat gefallen und man sieht sich auf beim nächsten Mal. Wenn es heißt, let's test. Haut rein.